Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Der S&P 500 respektiert in dieser Woche einen wichtigen Widerstand und das könnte möglicherweise eine stärkere Gegenbewegung ankündigen. Schauen wir gleich mal auf die Charts, denn Risiko und Weiß gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollte sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Der S&P 500 hat sich kurzfristig seit Oktober sehr gut entwickelt, doch in dieser Woche scheint der Index einen wichtigen Widerstand zu respektieren und zwar das 78,6% Retracement der im August begonnenen Abwärtsbewegung. Das ist allerdings nicht der erste Test, bereits in der Vorwoche begrenzte das Retracement eine weitere Rallye und dieser Abpraller sowie der drohende Wochenverlust könnten den Beginn einer stärkeren Gegenbewegung ankündigen. Achten Sie jetzt darauf, ob kurzfristige Unterstützungen halten oder nicht. Da würde ich mich vor allem auf den Tages- und 4-Stunden-Chart konzentrieren und ein Bruch nach unten würde dann dazu führen, dass die Zwischentiefs der Erholung als mögliche Kursziele dienen. Eine positive Überraschung wäre, wenn das August hoch durchbrochen wird, aber solange eben wichtige Unterstützungsmarken nicht nach unten durchbrochen werden, bedeutet das, dass es auch durchaus nochmals einen neuen Versuch geben könnte, diese Widerstandsmarke zu knacken. Was gibt es noch? Der deutsche Leitindex konnte gestern nicht über das vorige Hoch ausbrechen. Zumindest war der Bruch nicht nachhaltig. Es kam zu einem Fehlausbruch und das lässt auch einige Zweifel über eine weitere Rallye aufkommen. Euro-Dollar befindet sich nach einer starken Korrektur in einer Seitwärtsphase. In dieser Woche konnte aber zumindest das 61,8% Retracement verteidigt werden. Und Gold durchbricht das 50% Retracement der übergeordneten Aufwärtsbewegung und versucht sich jetzt eben hier am letzten Handelstag der Woche zu fangen. Allerdings fiel das Edelmetall auf den tiefsten Stand seit einem Monat. Lasst gerne einen Daumen da. Mehr Analysen gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.